Musik Vor genau zwei Jahren standen wir schon einmal hier, hier in der Volksbank. Lauterbach, Lustmann, anders, wie wir heute als Kalender, aber auch im Prinzip als Ausstellung. Warum überhaupt das Lust? Wo kommt es eigentlich her? Eigentlich ganz einfach. Lauterbach hat als Kommune elf Ortschaften. Ich weiß genau, wie ein Nibel ist und es ist ein Rot, müsste man eigentlich wegzählen, sind es nur zehn. Aber wir haben das immer mitgenommen und elf plus eins macht zwölf. Also die perfekte Vorlage für einen Kalender. Und da haben wir gedacht, das ist doch echt perfekt, wir machen noch ein Bild hinten dran, nochmal 13. Lauterbach als Zusammenhang. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.